Hallo und herzlich willkommen und vielen Dank, dass ihr dabei seid bei einer kleinen Reise durch mein aktuelles Album Evolution. Fangen wir gleich an. Symmetries, der erste Track auf dem Album, der Kick-Off, wenn man so will, ist eine Zusammenarbeit mit Austin Leeds. The Ocean. Arty ist ohne Zweifel einer der absoluten Shooting-Stars der elektronischen Musik. Als der Gedanke kam, mit wem kann man sich denn musikalisch zusammentun und ins Studio begeben, um was Spannendes zu machen, war natürlich Arty auf dem Zettel. Und bei rausgekommen sind insgesamt zwei Tracks, die auch auf diesem Album zu finden sind. Verano, eine weitere Zusammenarbeit mit Austin Leeds. Ich glaube, so viel mehr muss ich gar nicht dazu sagen. Es ist immer was Besonderes, unsere Miami-Berlin-Connection. Auf der einen Seite der Sonnenschein, auf der anderen Seite natürlich die etwas modrigen, muffigen Clubs, die Berlin so zu bieten hat. Hier ist If You Want My Love. If You Want My Love Put on your dancing shoes Put on your gratitude Hier ist Johnny McDade, a.k.a. Fieldwork und Paul von Lück, Everywhere. Wir haben Hoben gemeinsam geschrieben und produziert und natürlich war es klar, dass Johnny auch an diesem Album mitarbeiten wird. Well done, the table card Giuseppe Ottaviani ist, glaube ich, einer der absoluten Sperrspitzen, wenn es um elektronische Musik geht und natürlich Mitglied unserer Wendet-Familie, den wir niemals missen wollen würden und so natürlich auch nicht auf diesem Album. Wir haben an diesem Track gemeinsam gearbeitet und it was a wonderful day. My love Dave Neimlich Wayne I love My love I love Just Wir kommen zusammen als eine Zusammenarbeit mit Sue McLaren, einer der fantastischen Stimmen, die wir haben im Bereich der elektronischen Musik und natürlich darüber hinaus. Dieser Track ist eine Zusammenarbeit mit Adam Young von Owl City und ich freue mich an dieser Stelle euch Eternity präsentieren zu können. Will you be there where the dream begins?